Hey Leute, willkommen zurück auf diesem Kanal. Wir testen heute die Veko Bloody Mary aus dem Kaufland-Sortiment. Die Bloody Mary ist eine 12-Schuss-Batterie mit einer Netto-Explosivmasse von 125 Gramm. Der Preis für diese Low-Budget-Batterie wurde leider auf 4,99 Euro erhöht. Aber in diesem Video schauen wir uns mal gemeinsam an, ob sie denn den höheren Preis wert ist. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Zündung und vergesst nicht, wie immer, zu kommentieren, liken und abonnieren für mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.